Geistergeschichten Geistergeschichten üben immer wieder eine ganz besondere Faszination aus. Erbprinz Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt war fest von der Existenz von Geistern überzeugt und veranstaltete in den 1760er und 1770er Jahren sogar eine Geisterjagd in Hessen-Darmstadt. Hilfreich zur Seite standen ihm dabei Oberhofmedikus Dr. Held sowie Samson Simon, ein aus Eberstadt stammender Schutzjude, der als Medium fungierte. Sie durchstreiften das Darmstädter Residenzschloss und stießen dabei auf eine ganze Armee von übersinnlichen Wesen, darunter Skelette, schwarze Männer und eine weiße Frau. Die Geister wurden nicht nur gesichtet, sondern auf Anweisung des Erbprinzen auch zu verschiedenen Themen befragt. Die Antworten fielen häufig eher unklar aus. Ende 1766 hingegen ergab sich ein Durchbruch bei einer der Seancen. Dem Medium Simon wurde ausgerichtet, dass man den Spuk erst loswerde, wenn man einen Schatz geborgen habe und somit die Geister erlöse. Das war in Zeiten knapper Kassen hochwillkommen, denn das, was Simon in seinen Visionen vom Schatz zu sehen bekam, war vielversprechend. Goldene Figuren, Diamanten und Edelsteine und ein großes, wertvolles Kruzifix. Die getroffenen Vorbereitungen zur Bergung des Schatzes und zur Vertreibung der Geister kamen durch eine mehrjährige Abwesenheit Ludwigs allerdings erst einmal zum Erliegen. Nach seiner Rückkehr nahm die Geisterjagd erneut Fahrt auf. Ein Heidelberger Fabrikant, der sich als Schatzgräber, Geisterseher und Banner bezeichnete, trat auf den Plan und gewann das Vertrauen Ludwigs. Nach nur kurzer Zeit in landgräflichen Beschwörungsdiensten knickte er jedoch ein und gestand, auf Simons Geheiß die Geisterseherei nur vorgetäuscht zu haben. Simon wurde befragt und zur Wahrheitsfindung mit einem dünnen Stecken auf das Gesäß geschlagen. Er gestand daraufhin, wegen seiner Armut die Lügen vorgebracht zu haben. Auch Dr. Held sei in die Pose verwickelt. Zwar entzog Ludwig den genannten drei Personen sein Vertrauen, bestrafte sie aber nicht nennenswert. Seinen fest verankerten Geisterglauben konnte die Betrugsgeschichte ohnehin nicht erschüttern. Die Schatzsuche ging unverdrossen und ohne Ergebnis weiter.